Das ist das Spiel, was wir spielen, Leute. Das nennt sich Gartic Phone. Stille Post. Du wurdest eingeladen, einen Raum zu beizutreten. Ist das so? Genau, gibst dir irgendwie deinen Namen ein. Äh, wo ist der Link? Soll ich beitreten? Ja, ne? Ja, genau. Mit einem noch deinen Namen am besten. Jetzt heißt er lustiger Name 8173. Ah, ich hab jetzt aber... Wo bin ich? Achso, ich bin lustiger Name 8173. Macht ja nix. Genau. Kann ich nicht ändern jetzt, oder? Leute, wo ist der Link? Wenn du mal rausgehen und dann... In Life mit TBG. Ah, ja, okay. Moment. Das ist auch gleich. Okay, ich bin drin. Okay, ich hab's. So, zack, ja, habs, 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 habs. So, ganz neues Game, Leute. Mit meinen Mods. Ich weiß gar nicht, ich weiß, es gab keine... Was machen wir denn jetzt hier? Du scheißt es los. Jetzt musst du dir einen Satz überlegen. Ja. Und diesen Satz, den muss man im Prinzip im nächsten dann zeichnen. Also jeder kriegt dann den anderen Satz von dem anderen. Und den Satz musst du dann zeichnen. Und danach musst du dir das Zeichnung wieder einen Satz verwandeln und dann wird dieser Satz wieder eine Zeichnung verwandelt. Und das Spielchen geht so lange, bis alle durch sind. Muss ich jetzt einen Satz schreiben? Du kannst dir vorgefertigt nehmen, du kannst dir auch einen ausdenken. Und wenn du fertig bist, sagst du rechtsfertig. Aber ihr seht ja gerade, was ich schreibe. Nee, ich gucke ja nicht ins Spiel. Wir schauen ja nicht hin. Wir gucken nicht ins Spiel. Schauen wir nicht da, schauen wir nicht rein. Und du hast rechts oben einen Timer. Also es geht auch auf Zeit, ne? Genau. Ja, hab ich, hab ich. Und wer soll das jetzt zeichnen? Du musst jetzt das zeichnen, was oben steht. Ah. Darf ich das sagen? Dann hören wir es ja, das ist doof. Nein. Ja, aber Zuschauer kannst du ja lesen. Alter. Ich kann nicht zeichnen, ne? So, wann kann ich zeichnen? Ihr wisst, dass ich nicht zeichnen kann. Ja, genau deswegen. Wie mal. Du bist nicht der Einzige, der nicht zeichnen kann. Ach du Scheiße. Wer immer sich diesen Satz überlebt hat, ich hasse dich. Ja, Dito. Dito, Dito. Entschuldigung. So. Alter. Wie lange haben wir für Zeit? Um rechts ist ein Timer. Oh, man hat ein bisschen Zeit. Okay. Wie male ich das denn jetzt bitte? Scheiße. Dann bitte die... Ach du Scheiße. Und wer erregt das dann? Der nächste. Der nächste. Und dann... Das geht einmal rei rum. Genau. Also besser kriege ich es nicht hin und die Zeit ist eh gleich vorbei. Genau. Die Zeit ist noch voll da. Lockerbleiben. Man erkennt den passionierten Blitzspieler. Ich bin so schlecht im Zeichnen. Alter, ist ja absurd, was ich hier mache. Das ist bei uns alle nicht besser. Und es geht ja auch nicht um irgendwas zu gewinnen. Es geht nur um Spaß. Ja, das ist schon klar. Und die Leute können natürlich aber sehen, was ich mache. Ja, okay. Kann ja einer erklären, wann der Spaß beginnt? Ja, das ist der Freie mich auch gerade. Dann, wenn wir die Bilder der anderen ansehen. Ab am Schluss. Jetzt bist du dran, diese Szene zu beschreiben. Jetzt musst du wieder daraus einen Satz machen aus dem Bild. Ah, okay. Haben wir alle das gleiche Bild, oder? Nein. Jeder hat schon. Ich hoffe, jeder muss nur einmal zeichnen. Nein. Wie bearbeite ich? Hä? Hä? Nee, ich habe es abgeschickt. Immer abwechselnd, TBG. Was soll das heißen, immer abwechselnd? Einmal zeichnen, einmal schreiben. Einmal zeichnen, einmal schreiben. Und jetzt muss ich dieses Wort zeichnen hier, Chap. Na super. Leute, wir verlosen eine Maus von Steelseries. Bis 20.20 Uhr geht die Verlosung. Mit Kabel. Aber wie soll ich das dir zeichnen, ey? Ich habe natürlich was Cooles in meinem Kopf, aber ich kriege das nicht hin. Gezeichnet. Du schreibst gerade mein Leben, das weißt du, ne? Ja, witzig. Das ist auch, wenn ich Schach spiele. Ich habe was Cooles im Kopf, ne? Du Scheiße. Ach, ich bin so klug. Ach, du Quacke. Best Idee war das nochmal mit Garthic-Phone? Meine war es auf jeden Fall nicht. Wieso bist du ein Mod entbennen? Irgendwie bennen jetzt? Komm, fertig. Besser kann ich es eh nicht. Ich glaube, Johnny hat das mal vorgeschlagen, aber letztlich habe ich es dann ziemlich vorangetrieben. Da bist du mir, wer schuld ist. Auch was Gutes. Ich bereue es gerade ein bisschen. Ach, du Scheiße. Keine Ahnung, einfach fertig abschicken. Manchmal ist weniger Zeichen noch mehr wert. Ja. Das geht nicht. So. Eigentlich geht die Runde ziemlich schnell. Das ist schon mal besser schlecht. Leute, ich bin total lost. Nicht das erste Mal bei solchen Spielen, ne? Ja. Ja, jetzt habe ich was gemalt, was überhaupt nicht passt. Ist doch egal. Ich weiß, wie zick es mal raus. Ich wollte eigentlich irgendwie... Na, egal. Fertig. Scheiße. Was ist das? Jetzt bist du, um diese Szene zu beschreiben. Ja, das muss auch schnell gehen. Darf man... Wieso darf man denn Worte schreiben? Ja, das ist grenzwertig. Wieso wolltest du einen Abend tanzen? Wenn man das gezeichnet hat. Die Kaffee muss keine Angst vor dir haben. Könnte von mir sein. So, ich weise noch mal auf unsere Gewinnspiele hin. Und zwar... Freunde, Freunde... Mann! Mit der Maus Zeichen, das ist halt... Tipp zu Ende. Tipp zu Ende. Was ist das? Ach, du heiligeschrein. What the... Oh, scheiße. Oh, nein. Ne. Oh, Freunde. Also, das ist ja so... Das ist so abstrakt, Leute. Ich tue mein Bestes. Ich kann dir nicht vorstellen, wie die Auflösung am Ende sein soll. Ja, das wirst du dann sehen. Ich tue mein Bestes. Verdammt. Ja, komm. Alt... Ah. Ich hab Sensor zugemacht. Ah, ist noch da. Ja, alte Männer und Computer, ich weiß. Sagt der Informatiker. Das reicht doch, oder, Chad? Mehr kann ich nicht machen. Ist ganz toll, Georgi. Ja, 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 ja. Ja, die Zeit vergeht, Leute, ne? Das ist Zeit vergeht. Erstaunlich. Na, wenn er fertig seid, können wir da fertig drücken, ne? Gut, dass wir keine Punkte dafür bekommen. Danke, dass du's sagst. Ich hab's die ganze Zeit immer... Natürlich weiß ich das. Ähm... Wo ist jetzt? 100k-Stream. Wann ist er fertig? 5... Wenn sie 7 von 7 oben steht, oder wann? Spätestens, wenn die Uhr abgelaufen ist, oder? Ja, wenn die Uhr abgelaufen ist, oder wenn alle fertig gedrückt haben. Der 6 von 7 ist die Rundenzahl, ne? Die obere 6 von 7, jetzt. Also jetzt eine Runde noch. Ja, genau. Besser kann ich's auch nicht. Jetzt ist du dran. What the... Ähm... Äh... Hä? Kreatives Schlachtbord. Alter, wie's ist... Leute, die Verlosung, die wir machen. Hier, diese Maus von SteelSeries. Die Prime Gaming Maus für Profis. Merkt ihr was? Er lenkt ab. Aber seit wann gibt's ein Schachtfeld mit 5x6 Feldern? Ja! Bis 20.20 verlosen wir diese Maus hier. SteelSeries, mein Partner. Geile Produkte, die benutze ich selbst. Schaut mal rein. Oh man, ey. Jetzt bin ich aber gespannt. So, jetzt drück ich auf Start. Okay, was machen wir jetzt hier? Was passiert jetzt hier? Jetzt kommt die Auflösung. Ach, Hund. Ein Hund, okay. Dann hat Cedo das gemacht. Das war das Schwierigste. Den Sichelnmund an. Den Sicheln. Timmy, es ist sicher die Auflösung, ne? Ich seh's, ja. Ach, den Sicheln. Ein Wolf holt den Mond an. Das hat Donenburg gesagt. Ach so, dann... Aber hey, wir sind gut. Oh, der Wolf. Sag ich gut. Aber das geht die ganze Zeit durch. Ist gut. Das ist durchgegangen. Das war super. Ja, aber das war ja relativ einfach. Ja, das stimmt. Ja. Ich muss Gott sei Dank euch zeichnen. Ähm, Mr. Solothar haben einfach die im Pendelberatung. Ich schubst einen Clown. Ich schubst einen Clown. Das sind eher aus wie ein Zombie-Angriff. Noch an der Zwift. Donbott, Timmy, hier und du stehst. Ja, laber. Was für ein Quatsch. Fälliger Quatsch. Fälliger Quatsch. Genau, warum? Ich hatte keine Zeit mehr. Keine Ahnung. Genau. Sehr gut. Herz in der Hose. Geil. So, nächster. Timmy sitzt matt auf F5. Okay. Das ist nie bei mir angekommen. Äh. Äh? Ja, warum? Dieses Ding. Gar nicht so schlecht gezeichnet. Timmy lacht über Cowlis Bad. Schreiben gilt nicht. Ja, ja, ja. Schadenfreude. Oh nein. War völlig anderes. Lache bitte. Er hat auf den Kopf gehauen. Das ist geil. Das ist so ein völliger Blödsinn, der rauskommt am Ende. Lache bitte. Ein Junge putzt deine Zähne. Was ist denn das für ein Junge? Guck mal, wie ein Junge zeichnet der die. Und was mache ich draus? Guck mal, ein Monster putzt sich. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, ach, das wurde der rauskommt. Okay. Ja, Mann. Die sieht so zahen aus. Perfekt. Ja. Das ist so geil. Ein Junge putzt sich die Zähne ein Monster. Was ist denn das für ein Junge? Ich bin so in dem Bett. So. Das ist so geil. Was ist das für ein Scheiß? Oh, das ist schwierig. Oh je. Das war auch toll. Ach so, jetzt weiß ich, wie das zustande kam. Was ich da bekommen habe. Die Zeit muss ich auch schon schlagen. Der Satz war natürlich auch heftig schwierig. Ja, das kann man schlecht zeichnen. Was ist das denn? Egal, nicht schlecht. Schachruhe. Na gut. Na gut. Das was rote Blut sein soll. Na ja. Ja gut, der Satz war ein bisschen albern von mir. Bier und Spiele. Das hatte ich nicht. Das ist nicht angekommen. Nein. Saugspiele. Genau. Ich wusste gar nicht, was ich schreibe. Nein, ey. Ach, das war so. Ein bisschen auch wie Bierporn oder sowas. Person, Spiele oder S-Tisch. Oh mein Gott. Ich hab mir so aufhört. Wurde geschehen. Alles klar. Ja. Oh mein Gott. Oh je, da kriege ich auch den Finger jetzt. Oh. Ist klar. Huuu, Stream. Ach, das soll das machen. Ach, das war das, das liebe Spiel dann im Fernsehen. Oder. Ach so, okay. Alles klar. Ja, siehste. Ich hab gut gezeichnet. Nur? Das ist nicht schlecht. Ich hab das. Die Biggest Stream jahrelang. Fast und. Ja, fast das. Ja. Ja, das ist ja ein rechter. Ah, herrlich. Bis zum nächsten Mal.